So, jetzt bringen wir Double Trouble, das vollste Level, auf 5 Schädel. Sollte ja machbar sein. Ähm, so. Auch wenn ich noch keine gute Taktik habe, so wirklich. Das ist wirklich, ja. Ähm, Weberin, nehmen wir die mittlere. So, das, das auf jeden Fall. Genauso wie das. Und das. Das und das und das. Und Verlangsamung plus Tisch. Das da, würde ich sagen. Das ist das, das ist das schlauste, würde ich sagen, sozusagen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde einfach mal sagen, dass es so ist. So, am Anfang. Ah, Fail. Ich schaff das jedes Mal. Ein kleines Geschenk für dich. Und wenn ich's minimiere, das Spiel, dann... Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Ist es so, dass... Nur Schrift reicht, um das zu öffnen. Woran das liegt, keine Ahnung. Ich kann's mir auch nicht erklären. Aber es ist nochmal so. So. Und hier werden wir Verlangsamungsfelder hinmachen. Und, go. Ich hoffe mir, dass viele hier drauf sterben. Können die auch alle hier hinlocken. So. Und, bäms. Hey, nee, das ist jetzt nicht. Und. Geht und sterben. Zack. Los. Einer mit. Hopp. Gestern. Und. Ähm. So. Schnell noch eine andere hinmachen. Das ist so leicht gesagt hier. Und rüber. So. Und. Tod. So. Einfach mal umkippen. Dadurch werden ja auch noch ein paar sterben. Los. Alle hier drauf sterben. Geht einfach hier drauf sterben. Fans. Oh, so ein paar kommen durch, natürlich. Äh. So. Okay. Gehen wir mal hin, heilen uns hier auch. Mit. Und töten mal die beiden da. Und. Fertig ist die Läume. Und. Auf jeden Fall mal. Eins, zwei. Ähm. Scheiße. So. Geschafft. Und. Drüber hier. Da. In der Hoffnung, dass es mit dem an, mit der anderen Seite passt. Ähm. Kommt. Durch einer. So. So. Zack. No. Also echt. Kippen, kippen. Und da kommen eindeutig zu viele durch. So. Äh. Dammit. Also hier, hier habe ich noch, habe ich keine richtige Taktik. Das ist nur das Rumproblem gewesen. So. So. Ähm. Ich könnte natürlich noch zwei hier hin machen, bestimmt. Da ist doch viel Platz. Ja, drei will ich nicht machen, weil. Könnten zu viele sein. Und also brauche ich noch ein bisschen Geld. Für. Erstmal. Hier. Hier. Ah ne. So. Ähm. So. Und. Einfach nur damit ich da was ist. So. Und. Go. Mal sehen, ob das was wird. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Wams. Umkippen. So. Und. Tot. So. So. Da drin kommt was durch. Hm. So. Stört. Und. Ich liebe diesen Tatsachen. Eins, zwei... Und... Go. Hm. Das muss reichen. So. Wenn die da drauf sterben... ...geben die 25? Wow. Das ist gut. Ähm. So. Wend einfach. Und... BAMS. Und... Kommt's? Alle hier drauf? Hey. So. Zack. Und los. BAMS. Hm. Ich glaube, die Paladin hat mir ein bisschen zu viel was ab. Was für eine sauer Reise. Wollen wir mal schnell rüber. Und... Ja. Ähm. Hauen wir nochmal eins, zwei... Ähm. Drei. So. Die Hoffnung, dass das reicht. So. BAMS. Zack, zack, zack. So, jetzt kommt natürlich. Knoi-Jäger. So. Und... Brenner. Das ist das praktische. Die sterben einfach mal so schnell. Das ist die Kombo. BAMS. BAMS. Knoi-Jäger ist schuld. Eins, zwei... Boah. Und... Rüber. BAMS. Was soll ich heißen? BAMS. Ja. Es ist sogar zwei gefallen. Geht einfach sterben. So. Ähm. So, so, so. So, so. Und wir verlangsamen sie nochmal zusätzlich vorher. Damit die... langsam dahin kommen und... schneller sterben und sowas. Äh. Eher sterben, so. Und go. Und hoffen wir, dass mein Plan überhaupt funktioniert. Das... muss man noch mit einbrechen. Und ihr habt da vorne kein Feuer hingemacht, fällt mir auf. Oh. Du kommst durch? So. So. Und... sterb da drauf. So. Ähm. Zack. Und... tot. Hm. Wie kommst du denn? wo ich hier? Tee. Das ist ja echt. Das kann ja jetzt auch nicht angehen. So. Hm. Hoffen wir, dass das reicht. Mach mal hier sowas hin. So. Hier hätte ich das auch mal hinmachen können, rein theoretisch. Na gut, erstmal. So. So. Schnell rüber da. Ah, je. Natürlich. Natürlich kommt die hier. Natürlich. Äh. Ich wusste nicht, dass die jetzt schon kommen. Lauf ich da drüber auch langsamer? Oder das natürlich. Stimmt, wenn die jetzt hier auf der Seite kommen, dann habe ich eine ziemliche Arschkarte. Ähm. Verdammt. Kann ich die hier nicht aufplatzieren? Ähm. Fuck it. Meine Freude. Ähm, so. Machen wir das mal so. Dann stellen wir zwei da. Zwei hier hin. Äh. Super. Komm. So. Bams. So. Zack, zack, zack. So. Ähm. So, schnell mal da rüber. Oh. Gut. Kann ich hier echt keine... Auf der anderen Seite klappt's, aber hier nicht. Das ist interessant. Warum kann ich auf einer Seite nicht solche platzieren? Äh. Gut. Ich könnte aber da oben Bogen schützen platzieren bestimmt, ne? Oder? Nee. Gut. Sicher mal mal die andere Seite noch mal ein bisschen mehr ab. Ähm. Wir können ja auch... Das auf jeden Fall. Und das. Kostet zwar jetzt 2500, aber... Gut. Je langsamer sie hier durchkommen, umso besser. Und... Wir fackeln sie an einer Stelle zumindest ab. So. Und rüber da. Das sollte jetzt passen, hoffe ich. Naja, wir haben ja zur Not auch noch zwei Paladin hingestellt. So. Käse mit Wundes. Natürlich. So. Das sollte eigentlich so klappen jetzt. Bams. Es kommen immer noch welche durch. Bestimmt sind es wieder solche... Zyklopen, wie mir es vorkommt. Oh. Oder auch nicht. Aber gut, ich weiß, was ich da machen kann. So. Kann ich noch ein paar hier hin machen? Oh ja. Ich bin so klug. Und gut aussehend. Und... Da passt noch eins hin. Da passt noch eins hin. So. He he. Gut. Wenn ihr jetzt da auf der Seite noch durchkommt, dann weiß ich auch nicht. Dann läuft irgendwas verkehrt. Und startet den immer. So. Die Kuma-Alarm. Gut. Ähm. Wenn ihr schon den Umweg nehmt, dann könnt ihr auch trennen. Wenn ihr schon den Umweg nehmt. Wenn ihr anzieht. So. Nur weil ich es kann. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nochmal zu Kloppen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber auf jeden Fall haben wir die fünf Schädeln locker geschafft. Das war ein bisschen problematisch am Anfang, aber nur gut. Das. Wenn wir geschafft haben. So. Das ist ja keine Kunst. So. Mämms. Ähm. Ja, okay. Das ist... Die Zykloppen gehen einem doch ziemlich auf den Wecker. Äh, das stimmt natürlich. So. Gehen wir mal nach da drüben. Gehen wir mal alle ein. Und... Auch da. Und schon sind wir gleich tot. So. Perfekt. Dann hätte ich das... Bei normalen Aufnahmen schon machen sollen und nicht hier bei den fünf Schädeln laufen. Ha. Ist mal ernsthaft. So. Kampagnenmenü. Damit fehlt... Kommt beim nächsten Mal nur noch der umgekehrte Turm auf fünf Schädel und... Bis dahin ich meine Kenntina-Jones. falls mir nichts an Ce helping ist... Wenn du da bist. Sie hab mir Angst. Will ich dir das denn! Ja. ʊ